Beim gestrigen ersten Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und der AS Rom. Ja, da hat es richtig gerappelt. 5 zu 2 für Liverpool. Und wir fragen heute euch mal, wer sind denn die Top-Tor-Trios in Europas 10 besten Ligen? Dazu haben wir die Tore aus dem Liga-Betrieb und aus dem Europapokal addiert. Und hier kommt die Top-5. Auf Platz 4 steht Lazio Rom mit seinen drei Stürmern. Und natürlich allen voran der ehemalige Dortmunder Ciro Immobile, der in dieser Saison bereits 29 Mal alleine in der Liga traf. Auf Platz 4 Man City. Sergio Aguero führt das Top-Trio des bereits feststehenden englischen Meisters an. Auf Platz 3 folgt der FC Barcelona mit drei Südamerikanern Lionel Messi und Luis Suarez. Sicherlich keine Überraschungen, allerdings vielleicht etwas überraschend, dass auch Paulinho mit dabei ist. Auf Platz 2 Paris Saint-Germain. Der alles überstrahlende Superstar Neymar zurzeit verletzt. Trotzdem bereits mit 29 Toren der zweiterfolgreichste Goal-Getter neben Cavani. Und auf Platz 1 der FC Liverpool. Allen voran hier natürlich Mohamed Salah, Afrikas Fußballer des Jahres. Und auch der Spieler des Jahres in der Premier League. Er mit 31 Ligatreffern. Alles überragend in dieser Saison. Und neben ihm eben auch Roberto Firmino, der Ex-Hoffenheimer und Sadio Mané. Sehr erfolgreich. Und alle drei übrigens waren ja auch gestern erfolgreich beim 5-2-Erfolg gegen die AS Rom. Und alle drei übrigens waren ja auch gestern. Und alle drei übrigens waren ja auch gestern. Und alle drei übrigens waren ja auch gestern.